warte kann nur eine milch servieren das ist ein bisschen hier kann ich sehen was ich habe oder ein bisschen milch so ist jetzt direkt im kühlschrank nein die milch kommt erst morgen ja dann kann ich halt eine milch verkaufen ist okay jetzt erst kommt mal zuerst ich muss vielleicht mal stühle kaufen ich weiß gar nicht ob ich das überhaupt kann aber die eine katze die eine ist auch bis sie die wir noch zählen müssen dies auch hier sehe ich der text ist halt ein bisschen abgeschnitten sehe ich hier mal nicht zu machen kann wie ist das das ist das die kundenzufriedenheit das zeigt man wie viele kunden noch kommen oder die leiste leer ist sind alle kunden da gewesen ne so geht es nicht mit der milch so geht das mit der milch so wir haben keine milch mehr wenn die jetzt milch wollen was mache ich dann weiß auch nicht ob das ein gutes zeichen ist wenn das hier immer rot ist der kreis oder nicht wieso ist die eigentlich noch voll der moment katze kommt gleich die hat immer noch nur die hälfte voll für vom vom hunger die braucht ja vier solche beutel um satt zu werden muss das so ich hatte einen halben tag damit beschäftigt die katzen zu füttern aber und das was wenn ich die tische mit raus stelle aber da ist immer noch kein kein stuhl dabei aber wir können ein bisschen shoppen weil ich habe voll viel geld ach das ist kein richtiger tisch das ist ja eine arbeitsfläche aber ein neuer tisch kostet 500 wow entschuldigung wie viel wissen du essen die leiste sinkt weiter wo sie schon zweimal gegessen hat ja du hast hunger aber das kann ich dir nicht geben okay müssen kurz warten wir können gerade mit unserer katze kein geld verdienen aber es ist okay das jetzt doch nicht das füllt ja kaum was auf wo ist die jetzt her gekommen jetzt wollte ich dir gerade die katze geben oh gott ich musste ja dauer füttern muss ganz viel katzenfutter kaufen muss das so ich glaube dann kann ich doch noch keinen weiteren tisch kaufen wenn ich noch so viel futter und so kaufen muss aber das gute ist anscheinend wissen die gäste dass ich keine milch mehr habe und trinken alle wasser für sechs euro für sechs geld jetzt einfach 62 geld als hier trinkgeld da okay ist das die anzeige wie viel okay das der letzte kunde ah okay jetzt habe ich das mit der anzeige da oben verstanden ich werde einfach eine blume gegeben okay das heißt ich gehe gleich kurz shoppen dann gehen wir wieder in den park und fangen uns das ist eine katze aber eigentlich warum wir haben ja hier schon eine also wartet mal müssen ganz viel katzenfutter kauf warum steht hier on express okay das müsste aber eigentlich morgen so und jetzt kann ich es nicht josen okay also müssen wir da morgen vor der ladenöffnung noch mal reingucken jetzt ist hunting time das ist die katze von gestern das ist die katze von gestern die ist ja süß die will ich haben die wird voll durchgeschüttelt charismatisch optimistisch okay kann ich nicht das ist noch der der tag der einer ich kann die erst morgen früh glaube ich zähmen okay okay jetzt zeigt es mir auch an dass da was geliefert wurde ein tisch die anderen sachen die anderen sachen okay die anderen sachen sind jetzt hier drin vielleicht zwölfer milch naja wir warum steht dort immer noch zwei tage ja sie dir noch mehr geben oh wow die brauchen zwei portionen passt super gut zusammen nicht okay ähm ich will noch mehr rezepte kaufen so was mit wasser und milch das ist aber blöd ich habe doch jetzt wartet mal ich habe doch jetzt keine anderen zutaten außer milch das ist das ist mit milch und cream machen nee dann kaufen wir schon mal das rezept ähm für kokosmilch wenn ich jetzt kaufe kommt das ja nicht mehr an ich bin nur on express aber aber ist ja trotzdem nicht da naja kann man einmal machen passt schon okay was ist das einfach ein mating haus oh hier können wir dann züchten kokosnussmilch ja kokosnussmilch habe ich ja jetzt keine mehr muss ich jetzt einfach sitzen lassen und 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 Oh Gott, die stehen voll an. Die gehen schon, weil es zu lange dauert. Was ist denn, wenn ich irgendwann mal zwei Katzen habe, die gleich aussehen? Und oben steht ja dann immer nur der Name von der Katze. Muss ich denn jedes Mal erstmal über die Katze drüber fahren, um zu wissen, welche Katze die jetzt genau haben wollen? Wahrscheinlich. Habe ich kein Katzenfutter bestellt? Uh-oh. Ich glaube, es ist immer besser, wenn ich jetzt hier noch jemanden hätte, der jetzt Milch wollte. Milch kostet ja, glaube ich, acht Dollar. Wenn ich die Katze dann zu demjenigen lege, der die Milch will, oder? So trinkgeldtechnisch und so. Ich habe kein Katzenfutter mehr. Warum kommen die nicht rein? Äh, falsch. Ja. Hier ist aber ein bisschen doof. Wenn hier schon extra steht. Express. Was muss ich denn da machen? Kann ich trotzdem nichts machen? Ja, okay. Dann müssen wir den Tag jetzt so durchspielen. Zwei Katzen von drei sind busy. Das sind wahrscheinlich die beiden, die gezähmt werden. Ist volles Katzenfutter vergessen. Da geht es also. Will cookie. Uw。 Das istija falls sein vielleicht mal. Winn personas. Gut. Du bist da. Vertmam. Zurück.